Ob Frühaufsteher oder Langschläfer, jeder Mensch verbringt rund ein Drittel seiner Lebenszeit schlafend. Im Schlaf erholen wir uns, verarbeiten die Eindrücke des vergangenen Tages und schöpfen neue Kraft. Die Schlafqualität bestimmt in hohem Maße, wie erfolgreich wir den kommenden Tag meistern werden. Für eine vollwertige Nachtruhe ist wiederum die Qualität der Bettwaren wie Matratzen, Lattenroste, Kissen und Bettdecken maßgeblich. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Amazon Basics Taschenfett Erkanmatratze. Die Amazon Basics Taschenfett Erkanmatratze besteht aus insgesamt fünf Lagen. Auf der Unterseite gibt es eine 3 cm starke Schaumsticht, darüber befindet sich eine 16 cm dicke Taschenfederschicht mit, nach Angaben des Herstellers, hunderten einzeln gewickelten Taschenfedern. Darüber liegt eine weitere, 2 cm dicke Schaumschicht. Die Liegefläche schließlich ist aus einem speziellen, zweilagigen Gelrückstellschaum gefertigt mit einer Gesamtdicke von 4 cm. Insgesamt ergibt dies eine Dicke von 25 cm. Laut Hersteller ist die Matratze frei von Schadstoffen und es gibt nach dem Auspacken der vakuumverpackten Matratze keinen chemischen Geruch. Die Fetterkanspiralen bewegen sich unabhängig voneinander. Dies soll eine sanfte und leise Bewegung gewährleisten und für einen tieferen und erholsameren Schlaf sorgen. Einmal ausgepackt sollte die Matratze zwischen 24 und 48 Stunden ruhen, um ihre volle Größe zu entfalten. Erhältlich ist die Matratze von Amazon Basics in 11 verschiedenen Größen. 80 x 190 cm. 90 x 190 cm. 90 x 200 cm. 100 x 200 cm. 120 x 200 cm. 120 x 200 cm. 150 x 200 cm. 160 x 190 cm. 160 x 200 cm. 180 x 200 cm. Somit sind so gut wie alle Bettgrößen mit dieser Matratze bestückbar. Der Hersteller gibt keinen Härtegrad an, jedoch ist laut Aussage einiger Käufer bei Amazon der Härtegrad mit H3 bis H4 zu beziffern. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist MK Matratzen Florence Premium 7 Zonen Taschenfett-Erkern-Matratze. Dank eines Kerns aus bauchigen Stahlfedern ist diese Matratze punktelastisch und sorgt für eine angemessene Druckentlastung. Der Hersteller weist dezidiert auf die antibakterielle, antimykotische und milbenresistente Aloe Vera Ausrüstung des Bezugsstoffs hin. Diese Eigenschaft qualifiziert die Tonnentaschenfett-Erkern-Matratze von MK Matratzen GmbH aus Bad Oeynhausen speziell für die Verwendung durch Allergiker und sensible Personen. Die Verbraucher sind sehr angetan und geben dem Produkt fast ausschließlich die Bestnote. Die MK Matratzen Florence Premium 7 Zonen Taschenfett-Erkern- Matratze eignet sich sowohl für Singlebetten als auch, in einem Zweierset, für Doppelbetten. Der Härtegrad H2 signalisiert, dass die Matratze für leichtere Personen und Weichschläfer die richtige Lösung darstellt. Für ein ergonomisches Schlafgefühl sorgt die Einteilung in 7 Zonen, als Polstermaterial verwendet die Firma MK Matratzen die punktelastischen Formgedächtnis-Polymere. Die Höhe dieser Tonnentaschenfett-Erkern-Matratze bewegt sich mit 18 cm eher im unteren Bereich, jedoch verursacht dies laut Käuferfeedback keine Einbußen beim Schlafkomfort. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.